Okay, nächste Programmvorschau, ja, es wird uns dieses Wochenende wieder wahnsinnig treffen, dass jetzt hier im Bund wieder, ehrlich, Tausende dem Hitze tot trotzen müssen, beziehungsweise erstmal trotzen müssen, aber dann doch diesem erliegen. Ja gut, und natürlich vieles mehr, könnt ihr dann schauen bei VK, bei Bitshoot, und wer sich, könnt ihr sogar auch bei, jetzt neuerdings bei Odyssey anschauen, wer sich den Trailer jetzt bei Wake News TV aufruft, entsprechende Link kopieren, ab in die Browserzeile, und dann vielleicht bis gleich, wäre wieder mal geil, wenn dann ganz viele das schauen. Ciao.